willkommen zurück und doch wir sind auf der eiseninsel dingster bucht und immer noch dabei nein ja richtig zwei tage was anderes gespielt und schon ist die ganze steuerung durcheinander er läuft jetzt alleine gut wo haben wir unsere leute zurückgelassen mal sehen was da draußen ist du sitzt da okay was war auf gute frau ach so das ist zu spät der läuft jetzt hier lang ach der sieht den der kalche kiste gar nicht benutzen ach weißt du was so jetzt gibt's party also wisst ihr wenn es dort die schatten sind geflohen das große ganze ist sicher so gut das urteil ist nah etwas seltsames verschaffen wir uns eine bessere übersicht genau zum beispiel der beste teil von mir wie komme ich jetzt eigentlich da wieder hoch ach hier so soll mal jetzt muss ich doch bloß noch die drei loswerden genau sieht doch gut aus ach so der ist direkt im blick oh warte mal ich weiß was bringt für mich dabei heraus ich weiß was ich weiß die hilfe zu schätzen ich fühl mich nicht mehr gefallen diese aussichten schwachsinn ist es mir geht's hey hey ja gut das war natürlich typisch und so kehren wir zurück wir haben noch viel zu tun hier okay steuerung also kein rückzieher was muss genau da wieder reingehen zack und rein da schicken wir sie los mir gefallen diese aus also ach das heißen brennt deine glocke vor möge ihr rufe haftig und laute schallen möge sie deine gemein rektifika rektifika was ist das ich bin bald dort schneider ihr unwesen oh ich komme auf der heilig der meid in den staubformiger das urteil der meid erwartet dich mensure kalkulasch rektifika das feuer wird mich zu dir geleiten das feuer lächst nach deiner verweesenden seele ich kann es nicht die arbeit genau und an die arbeit heißt für die hier wieder reingehen und reichen machen ja zack wie soll ich die fünf eigentlich loswerden wenn ich immer muss einen umlegen kann wir haben noch viel zu tun hier so okay ist das aber unnötig weil ja ja wir wissen es ich muss ihn umlegen oh warte mal juki meine gute wo bist du denn dann jage mal wir haben noch viel zu tun hier leise und geschwind irgendwas stimmt hier nicht spürst du es nicht auch ich konzentriere mich lieber auf meine pflichten ach ups muss ich da eigentlich rein növer ach da ist ein prognostika na gut ihre methoden sind unüblich äh komm kummer hilf uns genau so so ruf sie zu dir irgendwas stimmt hier nicht spürst du es ja guter plan schöner kleiner spaziergang mhm ein schneller hieb ein abenteuer du hast ja posten verlassen wusstest du das hör zu mir kummer so bis dahin kann ich laufen ich kann das das hoffe ich doch mal wie viel zeit ist das das ist ja ein toller trick die vermahle deifen sind unter uns oh oh ich bin kein samurai oh oh grässliche blätter hockst du da drin kummer hast du verletzt gut und wo kehren wir zurück das zum thema er kann uns sehen nicht auf ähm ich hab vergessen abzuspeichern ja ich hab vergessen abzuspeichern na gut macht nichts machen wir das ganze nochmal ach ich bin doch auch doof ich bin doch auch richtig doof oh was ist das trick und tot ich hab doch alles was ich brauche guck mal ich schleiche mich hier hin wach auf kleine falle ich konzentriere mich lieber auf meine pflichten ja guter plan so du bist dran kummer da drüben jetzt check ich ihn dorthin ruf sie zu dir oh kinderleicht komm lauf 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 schon schnell weg so klar komme oh oh rein da und du auch wie sehr werde ich die leiterung deiner seele genießen so erstmal gibt es keinen alarm mehr miss berechne berechtige mein urteil erwartet dich kreatur das urteil der maid erwartet dich kreatur ja was nur dein urteil oder was der maid nichts die müssen ins meer zurückgekehrt sein einig euch mal leute so er lebt noch ich hab's von da gekommen ordentliche epiphanie ja ja sag's mir später warum nicht einfach meine kräfte gut dies war denke ich dran genieße diesen moment mal probiere ich's nochmal die gelegenheit ruft ich probier's nochmal die maid stärkt am herz das feuer stellt schicken wir sie los ich probier's nochmal ich bin bald dort ach moin komm rein da rein da rein da rein da rein da lauf mir gefällt's schon jetzt das liegt jenseits meiner Reichweite wer behelligt einen Kommissarius nun also verflucht bleib stehen und keine Fackel darf ohne Flamme sein da komme ich nicht dran das war jetzt so doof da hab ich nicht richtig gekriegt ich kann dein verwestes Fleisch schon riechen mir gefallen diese Aussichten ach Mist bleib doch da möge dein Kadaver dem Scheiterhaufen Nahrung geben mensura calcula rectifica komm mal her schade wir haben sie zurück in die Tiefen gejagt das war jetzt so doof egal ich nehm den ich nehm den Erfolg mit halten wir diesen Augenblick in der Zeit fest falls unser Plan scheitert nein der wird nicht scheitern warte mal achso das ist von außen so hier setzt du noch er übrig ach weißt du was immer nach vorne schauen wie weit muss ich ihn an den ran wie weit muss ich ihn an den ran mein Leid vergeht wird erledigt wow da ist ja einer da ist ja einer entfesselt warum hat die nicht gesehen da ist ja noch ein Kommissarius ja äh die weiße Krähe ist bereit ja gut warum hast du die nicht schon lange umgelegt verschaffen wir uns eine bessere Übersicht ich bin deine Henkerin so alle klar alles klar mal sehen was da draußen ist so ich bin bald dort jetzt funktioniert es eine Sorge weniger so und wenn wir schon mal hier sind können wir gleich den Pfeil zurückholen hier ist das kompliziert ok was haben wir jetzt geschafft hier ist frei geräumt verbrenne die Kisten hole dir eine Fackel bei der Grube und verbrenne die Kisten optional welche Kisten Fackel Fackel verbrenne die Kisten und nimm die schwarze Perle ok ok dann bringt uns das hier gar nicht mehr so viel gut dann werden wir uns jetzt mal hier rüber bewegen und dann hier im kreis rum genau Fackel Fackel Kisten ja das klingt gut ok leute da komm ich durch da komm ich durch ich würde aber vorschlagen wir gehen außen rum jetzt wird das was das Urteil ist klar so möge das Schicksal unser Richter sein ach richtig ich bin ja hier nicht reingekommen kein Blick zurück immer nach vorne schauen so ist eine Weile her ich weiß ich mach ah ne der Ausgang ist ja schon offen gut ah ja richtig jetzt muss ich durch dieses Fort hier durch damit ich auf die Seite komme da stehen überall Wachen direkt auf den Punkt gebracht so mal gucken ob ich überhaupt durchkomme jetzt die Zeit ist auf unserer Seite mir gefällt es schon jetzt ok du hast einen Schlüssel du stehst rum du nervst mich ok schon bald wird das einerlei sein das eine wahre wird einerlei sein wie kriege ich ihn hier weg Toyo das wäre ein Job für dich wobei könnte ich ihn messern ohne dass es jemand sieht er sieht ich ich locke ihn mal weg ich locke ihn mal weg Yuki hier fangen wir an Kuma legen wir los ja wird erledigt wird erledigt bereit Kuma so sei nicht so faul das ist eine gute Stelle äh Tanuki Parade Ei ups warte mal warte mal kann ich mir doch sparen kann ich mir doch sparen gespannt wie eine Feder so bereit lieber nicht siehst du dort so es möchte dass man sich erinnert er stuppt jetzt gerade ruf sie zu dir ein abenteuer ups ah wie kriege ich denn den jetzt da hin klar komme sie kommen zu dir mach dich bereit Kuma leise und geschwind schöner kleiner Spaziergang oh 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 Fiffica verruhte das Urteil der Meid erwartet dich kreatur das Feuer wird mich zu dir geleiten das Feuer lechzt nach deiner vermalledeiten Seele das Feuer lechzt nach deiner vermalledeiten Seele ha ich kann denn verwestes Fleisch schon riechen miss berechne berichtige weißt aber auch wer jetzt gleich verwest das Feuer wird mich zu dir geleiten welch gräulig Ding man zu einem Dorf die gelegenheit ruft oder auch nicht komm her, noch ein Schritt ach komm, mach einen Schritt weiter ja komm her, flupp, siehste hier auf und wie das weh getan hat nehm ich das mit oder ach, egal ich nehm's mit das werde ich mir merken das ist ja ein toller Trick so jetzt sind hier alle tot, wa? ja cool so, die Tür hier ist glaube ich auch offen ich schicke sie zu dir oh da ist ja jemand ich bin nicht zu fassen kuma parade nein spinnenfaden ups, Entschuldigung hat er gar nicht gemerkt das hat er nicht gemerkt gemeinsam jetzt los geht's na dann morgen ach, die Leichen gleich verschwinden siehste so gut ah, da ist eine Patrouille okay leise und geschwind leise und geschwind spürt ihr den Hunger des Feuers? trotzdem eure Seelen halten stand ihr seid nicht in unmittelbarer Gefahr ach, ich frage mich wie wohl die Inquisition da unten bleiben kann Feuerschelben allesamt die meisten von denen genießen wahrscheinlich noch den Wahnsinn ha 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 flupp so lass mich dich erinnern ja wo waren die Kisten jetzt eigentlich ach, die Kisten waren gemeint na gut so ach ja die Perlen sind eine Seuche da muss ich auch noch rein oh Gott ja, dann werde ich mich jetzt hier rum vorarbeiten so warte mal komm ich oben lang nee ich muss unten lang gehen na gut noch am atmen noch bei Verstand seh an sieh an dann kommt mal bitte alle runter oh warte mal warte mal Oma mein Blick reicht weit reicht der auch bis da runter das Urteil ist nah irgendwas stimmt hier nicht ein Bolzen ein Leben nee ich könnte von dort erschießen durch die Flammen mal sehen ob das geht die Krähe fliegt die Krähe soll nicht fliegen die Gerechtigkeit ist hart sondern schießen keine Gnade ja ich hab's erlebt der Tod kommt dir zu große so das Urteil der Maid erwartet die Kreatur berechne berichtige wie können die es wagen mich warten zu lassen das Feuer ich kann dann verwehre das Fleisch schon riechen das Feuer lechzt nach deiner formaldeilten Seele das Feuer wird mich zu dir geleiten berechne berichtige das Feuer lechzt nach deiner formaldeilten Seele mensura calcula rectifica nichts die müssen in die Pause zurückgekehrt sein da bist du da bist du ja widme dich sofort wieder deinen Pflichten genau deine Pflichten stell dich hier unter den Felsen so ich würde sagen das machen wir gleich als nächstes die Zeit wartet auf niemanden außer uns das ist eine Zivilistin da ist Nummer 1 wo ist der zweite da kommt er direkt auf den Punkt gebracht Entschuldigung so und jetzt das ist etwas besser und hier noch dort sieh an sieh an blänzeln hebt an stirbst du immer nach vorne schauen vielen Dank so jetzt kommen die beiden Helden sobald sie sich umdrehen kein Rückzieher hat sie ihrem Pfeil oh hast du das gesehen wie weit laufen die bis da es gibt nur eine Sprache die die verstehen deutsch so mal gucken eine Erinnerung du läufst bis dort das ist ein Fehler muss einfach ich riskiere es das macht Spaß was haben wir denn da stellen wir eine Falle auf wir haben ja gar nichts alles in Ordnung alles in Ordnung gibt es nichts zu sehen ernsthaft ach Menno na gut dann würde ich sagen mach mal erst mal eine Pause hier ich sage danke fürs Zuschauen danke für eure Tipps und Kommentare macht's gut genießt den Tag und vor allem see you later deine Macht ist unglaublich